Das war die Skitone-Woche High & White 2023. Wie war denn sie? Das war richtig cool. Ich hab viel Neiges dazu gelernt. Bombastisch, jetzt mal ereignisreich. Der Ausblick vor Traum. Herausfordernd und genussvoll. Sportfrisch und schön. Volle, super. Gott so nahe. Dafür. Ich habe ihre Wege. Ich habe ihre Wege. Für mich. Ich habe seine Wege. Jetzt ist die Aufmerksamkeit. Das ist aufmerksam. Musik 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 Das war's. Das war's. Das war's.